Ab sofort bin ich die einzige Person, der du dich zeigen darfst. Das passt schon, danke. Ich bin Charlie Watson. Ich bin 18. Genau genommen seit heute. Ist der Käfer zu verkaufen? Er gehört dir, Kleine. Herzlichen Glückwunsch. Oh mein Gott. Was bist du? Und du hast keine Ahnung, wo er herkommt? Keine Ahnung. Wow. Hör mir gut zu. Menschen tun manchmal Schreckliches, wenn sie etwas nicht verstehen. Ab sofort bin ich die einzige Person, der du dich zeigen darfst. Oh, ich bin... Das passt schon. Das passt schon, danke. Auf unserem Planeten wütet ein Krieg. Wenn dieser Kriminelle nicht gefunden wird, kommt dieser Krieg vielleicht hierher. Gibt es irgendwen, der dir helfen kann? Hast du eine Familie? Oh, ähm... Mich? Nein! Sie rufen eine Armee. Ich weiß aus erster Hand, wer diese Dinger wirklich sind. Bumblebee. Es gibt nur einen Weg, um diesen Krieg zu beenden. Du musst die Erde und ihre Bewohner beschützen. Zerstör das Ding! Los, werf ich nie! So können wir sie aufhalten. Du hast mich. Und ich lass dich nicht im Stich. Gott, ich bin sowas von erledigt. Gott, ich bin sowas von erledigt. Gott, ich bin sowas von erledigt. Ich bin sowas von bei der Leute.